Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar wir machen heute wieder einen Campingausflug oder an sich wir spielen heute via Burghaven in Roblox und wir mit dem GTA 5 Freak. Sein Kanal ist natürlich unten verlinkt oder in der Infokarte und ja was sagst du dazu? Hi Leute, was geht ab? Hier ist euer GTA 5 Weg und ja. Und wieso könnt ihr hier nicht die Zapfsäule anmachen? Ähm, wahrscheinlich ist das Auto zu weit weg, oder? Ja, könnte sein, das ist echt weit weg. Fahr mal ein bisschen näher ran. Und ja, ähm, GTA 5 Weg, was würdest du sagen, was machen wir heute? Also, ich glaube, wir machen heute den Part 3 von Campingausflug. Ja, würde ich auch sagen und ähm, oh weh, ja, ist an. Ja, mach mal ein bisschen lang. What is? Das läuft in der Zeit. Und wir sind da vorne wie auch bei unserem Berg sein. Und ja, ähm, äh, ja, wenn du einmal durch bist, ich komm dann rein. Wir sehen uns denn gleich, wenn wir vorne am Berg sind, was eigentlich nicht lange dauert. Wir sind tatsächlich aus ziemlich blödsich gestartet, muss man sagen, weil es ist eh grad Nacht. Ey, ich will da einsteigen. Nein. Du dumm. Hallo. Steig doch da mal ein. Mensch. Ja. Und wir sehen uns gleich, wenn wir da sind. Hallo Leute und ähm, ja, wir sind jetzt auch schon hier angekommen. Vorne am Berg, ähm, ich hab da vorhin schon mein Zelt aufgeschlagen und, ähm, warte ganz kurz. Wollen wir kurz was machen. Und ja, ähm, wir warten auf meinen Freund, äh, der ist gerade am Spawn, ähm, der hat irgendwie technische Probleme. Und ja. Der Mond ist auch gleich wieder rum und den mal schauen. Und wenn euch so eine Serie gefällt und natürlich auch seinen Kanal auch, dann anhört erst mal wir beide Kanäle. Und ja. Lasst ihn halt da. Ähm, auch bei ihm. Und ja. Wir warten mal auf ihn. Wo auch immer er grad steckt. Und ja, wir warten mal auf ihn. Ja, dann stell mal hier, da jetzt hält auf und dann geht's los. Ähm, ja. Ähm, ich mach mal ja grad ein Screenshot, äh, ja, wer, machen's mal hier so den Screenshot. All zu Druck. Und, äh, ja. Okay, ähm, Leute, und, ähm, ja, wir sitzen hier gerade auf unserem Sessel. Und ich würd sagen, äh, Lukas, ja, setzen und legen uns mal in unsere Betten hier. Warum ist dein Bett schon wieder weg? Und wenn ihr natürlich wollt, dass wir auch noch andere Projekte, wie zum Beispiel, keine Ahnung, sucht die Fekte wie, ähm, Spiele jetzt zum Beispiel, dann lasst, wie gesagt, einen Kommentar und einen Like da. Ähm. What the fuck, I do your talk. Ja. What the, äh? Nein, lassen Sie mich schon Ruhe. Also, lass mal da hin, wo die, wo auch Feuer, wo die sich da, wo auch, ähm, so gesagt, da, wo der Risse-Camping platzt ist. Weil da kann man winken, grillen, so gesagt. Naja, und ich bin der beste Autofahrer, Elon West zu etwa der Stelle. Elon West, einfach mal wieder. Mal ganz. So, zack. Nö, nö, nö. Hast du eigentlich dein Auto schneller gemacht oder was hast du? Ja, hab ich. Naja, deswegen bist du so schnell. Hört man das? Ich schupe. Ich seh dich gar nicht mehr. Bist du auch unter ein Raser. Bist du ein Raser. Doch, da seh ich. Scheli, du findest mich einfach nicht. Doch, ich hab dich auch gesehen. Ich fahr zur Dingensstelle. Zur Campingstelle? Ja. Oh, hier ist sogar wer. Lull. Hey, du sollst mal gucken. Vielleicht gibt es noch eine andere Campingstelle. Ja, guck mal. Und Leute, wir warten denn mal bis es wieder Nacht ist. Und dann würde ich sagen, geht es auch weiter. Ja. Okay, Leute. Wir fahren jetzt zum Einkaufen. Also Lebensmittel und so. Und hier. Ich würde dann mal sagen, wir haben jetzt die Feuerstelle auch übrigens für uns. Und ja. Wir fahren jetzt zum Einkaufsladen. Wie man es nennen möchte. Und ja. Wir sehen uns denn, wenn wir da sind. So, Leute. Und wir haben jetzt die Mitte schon gekauft. Und ja. Ähm. Äh. Da oben waren wir eben auch noch. Und ja. Wir werden jetzt zu schlafen. Mein Freund, ähm. Äh. GTA 5 Freak. Ähm. Wird auch gleich, ähm. Hier sein. Der hier ist auch schon. Ähm. Ja. 4. 1. Und ja. Wir werden jetzt so ein bisschen die Marshmallows hier braten. Ähm. Oh. Was machst du? Und übrigens haben wir uns ja auch noch anders eingekleidet. Und ja. Ich sehe so aus. Und ja. So. Du, 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 du. Selly? Ja? Soll ich mal so nachgucken, ob, ob hier überhaupt so Camping-Kleidung ist? Naja. Ich glaube nicht. Weil, ähm. Ihr müsst wissen, Leute, ähm. Das Game, was wir spielen, hat ein Camping-Update gekriegt. Und ja. Ähm. 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 Das war unser Camping-Aufflug, ähm. Folge 3 schon. Ich hoffe, die Folgen gehen noch ein bisschen länger. Äh. Daran müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Und ja. Wir haben hier auch, glaube ich, schon einen sehr schönen Platz hier gefunden. Muss man sagen. Und. Genau. Und ja. Ciao, ciao. Euer Gameplay 100. Und ja. Auch schau an GTA 5 Freak. Und ja. Ciao. Ciao, Leute.